Was sind die Symptome eines fortgeschrittenen Melanoms? Melanome sind eine Art Hautkrebs, der sich aus den Zellen entwickelt, die Melanien im Körper produzieren. Frühe Symptome sind die Entwicklung und das Wachstum unregelmäßiger Maulwürfe im Körper. Melanome können sich auch auf andere Körperregionen ausbreiten, was zu einem weniger sichtbaren Zustand führt, der häufig als verstecktes Melanom bezeichnet wird. Da verborgenes Melanom in Bereichen wie den Augen oder der Kopfhaut gefunden wird, wird es normalerweise erkannt, wenn es die Symptome eines fortgeschrittenen Melanoms zeigt. Als Krebs im Stadium 4 betrachtet, kann ein fortgeschrittenes Melanom zu ernsteren Symptomen wie erhöhtem Tumorwachstum, Juckreiz und Schmerzen führen, Blutungen und Eichen können ebenfalls auftreten. Personen mit Melanom zeigen Symptome im Zusammenhang mit Melanin, dem Pigmentierungsmittel der Haut. Der Zustand führt zu asymmetrisch geformten, maulwurffartigen dunklen Flecken auf der Haut. Diese Flecken können eine ungleichmäßige Färbung sowie unregelmäßige Ränder haben. Sie haben einen Durchmesser von K6 mm und können mit der Zeit wachsen. Es ist auch möglich, dass Patienten Melanome in Bereichen des Körpers entwickeln, die nicht leicht sichtbar sind. Dieses versteckte Melanom entwickelt sich am häufigsten im Nagelbett, im Augenlid, im Auge und in der Kopfhaut. Das Melanom kann auch im Schleimhautgewebe der Nase, des Halses, des Anus und der Vagina gefunden werden. Da verborgenes Melanom nicht leicht zu erkennen ist, wird der Zustand normalerweise erkannt, wenn die Symptome eines fortgeschrittenen Melanoms auftreten. Bei fortgeschrittenem Melanom führt das Tumorwachstum zu einer Verschlechterung der Symptome. Die Mole können klumpig oder schuppig werden. Weiteres Wachstum kann den Druck im Tumor erhöhen und ihn verhärten. Die Tumore werden sich auf diese Weise weiter von normalen Molen unterscheiden, wenn sich der Zustand verschlechtert. Die Tumoren verursachen schließlich körperliche Beschwerden wie Juckreiz oder Schmerzen. Schwere Fälle von fortgeschrittenem Melanom können Blutungen in den betroffenen Bereichen aufweisen. Es ist auch möglich, dass die Mole eine eiterenliche Substanz durchströmen. Das Pigment des Maulwurfs kann sich auf die umgebende Haut ausbreiten und dunkle, rötliche Flecken mit ungleichmäßiger Färbung erzeugen. Wenn eine Person die Symptome eines fortgeschrittenen Melanoms erfährt, besteht eine sehr geringe Chance, dass sie geheilt werden kann. Der Hautkrebs kann jedoch für längere Zeit in Remission versetzt werden. Obwohl jede Form der Behandlung die Krankheit nicht beseitigen kann, ist bekannt, dass Techniken wie Chemotherapie und Strahlentherapie die Symptome des fortgeschrittenen Melanoms in einem überschaubaren Maße kontrollieren. Wie bei jeder Behandlung ist es für Patienten am besten, einen Spezialisten zu konsultieren, um die beste Option zu finden.